Guess who's back in black? Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich schwer leid, mal wieder eine Pause von mir eingelegt. Diesmal ging's leider nicht anders. Hätte ich irgendwie eine andere Chance gehabt, das Ganze über die Bühne zu bekommen, hätte ich wahrscheinlich was anderes getan. So war ich jetzt einen Monat körperlich und dann auch mehrere Monate geistig nicht anwesend. Weder so ein bisschen noch überhaupt, also nein, ich war einfach nicht anwesend. Ja. Was erwartet ihr jetzt von mir? Ich weiß, ihr erwartet eigentlich gar nichts. Kann ich vollends verstehen. Erstens, gucken, kommen meine Videos. Zweitens, jedes Mal, was ich beobacht habe, ist eh schief gelaufen. Also werde ich diesmal nicht viel was versprechen oder sonst was. Ich sag euch nur den Standard-Kram. Erstens, Yu-Gi-Oh! ist fertig mit der Platte, es wird hochgeladen. Ich werde jetzt zunächst anwenden, Videos von Yu-Gi-Oh! hochzuladen, damit es endlich abgeflaschen ist. Ah, ist das nicht herrlich. Diesen Spruch kann ich mittlerweile echt nicht mehr hören. Weil ich habe ihn aufgebracht. Auf jeden Fall, ähm, ja, Yu-Gi-Oh! ready. Was habe ich sonst noch? Ähm, was muss ich mir jetzt Projekt rauskramen? League of Legends habe ich jetzt vier, fünf, sechs, sieben Videos am Voraus produziert. Die kommen auch. Die schmeiße ich euch alle hoch. Alle in den gierigen Klump und dann weg. Sonst, Minecraft, äh, kommt noch eine Folge, in der ich einiges erkläre, wegen Minecraft und so weiter und so fort. Was da dann genau abgeht und so. Das erklär ich dann. Das seht ihr dann. Ansonsten, ähm, kommt... Bioshock ist immer noch, hier, aus hier, blaa. Auf jeden Fall, ansonsten, es kommt noch ein neues Projekt von mir, ein Kurzprojekt, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel nur auf Empfehlungen gekauft. Vier paar Cent. Also er warnt nichts Großes. Ähm, gut. Ich kenne das Spiel. Ihr kennt das Spiel, es wurde schon tausend mal displayed. Aber es, mir wurde gesagt, ich soll spielen, weil es gut ist. Das ist, ja, all's the match. So. Ansonsten, ähm, es werden wahrscheinlich wieder mehr LOL-Videos kommen. Ich habe jetzt wieder eine relativ große LOL-Gemeinde um mich herum, sag ich mal. Und deswegen sind da auch viele Videos, die gemacht werden. Plus natürlich, äh, ich versuche es alles andere zu machen. Alles weitere und so weiter werdet ihr in den Videos ja selber erfahren. Ich labere ziemlich viel. Und, ja, dann würde ich sagen, genießt den Rest vom Video. Alles seht. Ciao, ciao. Und, ja, dann würde ich sagen, genießt den Rest vom Video. Und, ja, dann würde ich sagen, genießt den Rest vom Video.